Was sagt ihr dazu? Ich denke auch, dass es ein Erfolg war. Ich werde auch in einem Gespräch mit der Schulleitung das Ganze noch au-de-Vue passieren lassen. Wir müssen erzählen, dass ich sie mal an der Seite schriftliche Einholung der Eltern Ja, schriftliche Einstellungen Ja, genau. Das ist ja auf jeden Fall schneller. Es darf ich weiter. Es darf ich an, das ist ja sicher. Es darf ich einfach nicht mehr, also mit der Steuerung zu können. Das ist nicht so schlimm. Es darf mich gerne sein. Das ist wirklich, was ich alles dafür Es geht um die Sperrung zu bewegen. Es geht um das Sperrung zu sein, ich darf es nicht mehr für die Sperrung zu bewegen. Dann geht's. Es ist ja es hier, Sie können auch nun den Sperrung vorbei an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.